ja guten abend manfred meyer meyer name bin ich da bei haribo ja ja und zwar wollte ich fragen ob sich ein herr firus killitsch also firus kabe ihn gemeldet hatte wegen der haribo bestellung für düsseldorf da sind wir sowieso verkehrt weil die leute sind im büro nur besitz nur zu erreichen ja ja das war das weiß ich auch aber lg hat sind hier beim sicherheitsdienst beim sicherheitsdienst von haribo ach so also bewachen sie jetzt die haribos ressort damit diese weg laufen ach so ja sonst laufen die wechsel ist natürlich nicht gut ja sie sind sehr nett ich wünsche ihnen auf jeden fall alles liebe und gute und viel spaß mit den haribos wie viel ich habe noch eine frage ja bitte ja wie sie wissen nicht wie viel die zurzeit kosten bei netto weil meine frau geht morgen einkaufen für den lg ja ja dann werde ich mal lg anrufen weil der weiß das dankeschön ja bitte viel spaß tschüss